Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspiel-Tester mit dabei. Wer war? Michaela. Und klugscheißer Christian. Wir haben hier gerade festgestellt, das Spiel hier ist nicht die Suche nach Planet X. Nein, es ist die Suche nach Planet 10. Das römische X, also die römische 10, also es ist 10. Und Michaela hat immer wieder mit X angefangen, weil wir immer gesagt haben, wir suchen Planet X. Richtig. Aber es scheint so, weil in der Anleitung steht etwas, dass in Wirklichkeit, sag ich mal, nach Planet 9 aktuell gesucht wird. Und wenn der gefunden ist, wenn man 9 gefunden hat, dann sucht man natürlich 10. Also von daher, sehr wahrscheinlich ist das eine 10. Jetzt sind wir also schon einen Schritt weiter quasi. Ja, das nenne ich Logik. Und genau darum geht es. Und egal, was für ein Spiel es ist, wir starten wie immer mit den Rahmendaten. Die Suche nach Planet X, beziehungsweise 10, ist ein Spiel für ein bis vier Spiele ab 14 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 60 bis 75 Minuten angegeben. Ist beim Schwerkraft Verlag erschienen. Die Autoren sind Ben Rosset und Matthew O'Malley. Und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 55 Euro. Wobei, ist erschienen beim Schwerkraft Verlag, muss ich noch ein bisschen einschränken. Also dato heute, wo wir dieses Spiel oder diese Aufnahme jetzt machen für die Rezension, ist es beim Schwerkraft Verlag, beim Schwerkraft Verlag, beim Schwerkraft Verlag noch nicht rausgekommen. Wir haben dieses Spiel in einem anderen Online-Shop erworben. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. So ganz normale Sachen sogar. Das ist nicht mal eine Sparte gewesen. Nein, ganz normal. Das war ein ganz normaler Online-Shop, der auch andere Sachen anbietet. Und da gab es das. Es gab es auch nicht sofort lieferbar, aber dann kam es doch relativ zügig, glaube ich. Genau. Also von daher, ich weiß nicht, wann es dann beim Schwerkraft Verlag dann rauskommt und erhältlich sein wird. Momentan war es auf der Homepage, wie gesagt, noch nicht so weit. Genau. Aber das Spiel ist vollkommen funktionsfähig, weil das arbeitet mit einer App zusammen. Und zwar einer deutschen App. Ja. Und sie ist komplett abrufbar, downloadbar und auch nutzbar. Also von daher ist das Spiel funktioniert. Dann kommen wir vielleicht erstmal dazu kommen, was machen wir denn überhaupt? Der Titel sagt das ja eigentlich schon. Genau. Wir suchen den mysteriösen Planeten 10, weil es wahrscheinlich so ist, dass aufgrund gewisser Gravitationskräfte und ähnliches es irgendwo einen Planeten gibt, der Einfluss innerhalb unseres Sonnensystems auf irgendwelche Sachen hat und den man aber noch nicht gefunden hat. Und den suchen wir. Und das ist es hier im Prinzip. Also aktuell wird nach einem gesucht und demnächst wird dann nach demnächst gesucht, wenn man den gefunden hat. Genau. Wir schlüpfen praktisch in die Rolle von Astronomen, nicht Astrologen, wir sind also Astronomen und durchmustern den Nachthimmel und versuchen halt den Planeten 10 oder X, wie auch immer, zu finden. Durchmustern. Ja, durchmustern, durchsuchen, was auch immer. Nee, durchmustern ist ja die vollkommen richtigen Zeichen. Werdet ihr gleich sehen. Genau. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau an. Wir haben hier einmal das Spielbrett. Da müsst ihr euch zu Spielbeginn erstmal entscheiden. Es gibt zwei Spielvarianten. Es gibt einmal die Standardvariante. Die hat dann hier zwölf Sektoren. Das seht ihr schon. Es gibt hier nummerierte Sektoren. Ich nenne es jetzt mal so Tortenstücke. Und hier gibt es halt zwölf Sektoren auf der Rückseite. Gibt es dann die Expertenvariante. Die hat sechs Sektoren mehr. Also somit dann 18 Sektoren. Ihr habt hier in der Mitte einmal die Sonne. Die wird hier in diese, ich sag mal, in das Loch hineingelegt. Und dann kommt die Erdscheibe da drauf. Dieses Plättchen hier oder dieses Spielbrett. Und das wird dann hier mit dem Pfeil so ausgerichtet, dass diese Pfeil dann auf den Sektor 1 dann deutet. Jeder Spieler sucht sich dann eine Spielerfarbe aus und nimmt sich die Figuren seiner Spielerfarbe. Ich bin rot. Christian ist blau. Die Spielfiguren setzt er dann in einer zufälligen Reihenfolge hier alle auf Sektor 1. Und zwar, vielleicht einmal ganz kurz noch, es gibt hier außen so eine Zeitleiste. Da bewegen wir uns fort. Das heißt, immer wenn wir eine Aktion machen, müssen wir unsere Spielfigur um bestimmte Schritte auf dieser Zeitleiste vorwärts bewegen. Und es ist generell immer in diesem Spiel so, wenn man am Zug ist, macht man genau eine Aktion, zahlt dafür entsprechende Zeiteinheiten. Und es ist immer der Spieler dran, der auf der Zeitleiste dann am weitesten hinten steht. Soviel erstmal dazu. Also er stellt jetzt die Spielfiguren hier in einer zufälligen Reihenfolge auf. Bei uns ist es nicht zufällig, weil der Spieler, der das Spiel verloren hat, wird Startspieler. Also komme ich zu Hinters, weil immer der letzte Spieler der aktive Spieler ist und immer am Zug ist. Das heißt, meine Spielfigur steht hinter Christians Spielfigur. Aber du hast bei mir nichts gefunden, das letzte Mal. Ja, ich habe ihn gefunden per Zufall. Hat aber trotzdem nicht zum Gewinn gereicht. So, dann habt ihr hier noch auf dem großen Spielbrett noch vier Symbole, die sind auch wichtig. Denn wir haben hier einmal erstmal einen großen Spielblock. Der ist jeweils immer beidseitig gedruckt. Auch da ist wichtig, da müsst ihr gucken, dass ihr euch die richtige Seite aussucht. Es gibt hier nämlich einmal für den Standard, ich sage mal, Modus eine Seite. Da sind hier die zwölf Sektoren drauf. Und auf der Rückseite dann für den Expertenmodus mit den 18 Sektoren. Und dann braucht ihr den Spielbogen, der eurem Symbol entspricht. In dem Moment habe ich jetzt hier die Wintersonnenwende. Das heißt, ich habe mir den Spielplan Wintersonnenwende genommen. und den mit dem entsprechenden, mit der Seite für zwölf, also für zwölf Sektoren, mit dem Standardmodus nach oben hin ausgelegt. Ich habe, sag mal, das heißt, ich brauche die Sonne hier, das Sonnensymbol, das habe ich dann auch hier. Weil Hintergrund ist halt eben der, wenn ich, ich schaue jetzt ja so auf diesen Spielbrand drauf, das heißt, die 1 ist bei mir hier in diese Richtung, in dieser Flucht. Das heißt, die ist jetzt hier auf meinem Plan, damit passt. Und bei Michaela ist es die 1 unten, in Anführungszeichen. Damit das einfacher ist, die einzelnen Sektoren auszumachen und zu finden. Das ist schon sehr gut gemacht. Das ist ziemlich gut. Und von der Seite funktioniert es auch. Also jeder guckt im Prinzip oder hat einen Plan vor sich, der genau das abbildet, was er gerade sehen kann. Je nachdem, auf welcher Seite vom Plan er sitzt. Genau. So, dann hat jeder Spieler, nimmt er sich noch einen Sichtschirm in seiner Spielerfarbe. Da stehen ganz viele einzelne Informationen auch schon mal drauf. Da gehen wir in Hellberg nochmal weiter drauf ein. Dann bekommt jeder Spieler zwei von diesen sogenannten Zielmarkern. Und jeder Spieler hat insgesamt zwölf Theoriemarker. Im Standardspiel legt jeder Spieler drei Theoriemarker für jeweils drei, also für drei Zwergplaneten raus. Also im Standardspiel kommt nur ein Theoriemarker für einen Zwergplaneten mit rein. Die anderen drei Theoriemarker für die Zwergplaneten legt er jeweils beiseite. Die braucht ihr im Standardspiel nicht. Die kommen nur im Expertenspiel mit rein. Und im Expertenspiel gibt es dann in Spielerfarbe auch noch Karten. Du kannst ja mal zeigen, wie das funktioniert. Genau, und zwar gibt es hier eben in der Mitte so, das sind alles Informationen, wie was zusammenhängt. Und man nimmt im Prinzip da einfach die Expertenkarte und packt die hier so rein. Die überdeckt das dann nachher. Genau, weil wenn man im Expertenspiel ein paar Änderungen, sag ich mal. Weil man ja 18 Sektoren hat. Man hat ja sechs Sektoren mehr und deswegen hat man natürlich auch entsprechend, man sieht das hier vielleicht schon, ich kann meins mal da drunter halten. Also zum Unterschied, im Standardspiel gibt es genau ein Zwergplaneten, im Expertenspiel gibt es vier Zwergplaneten und im Standardspiel gibt es zwei tatsächlich leere Sektoren, im Expertenspiel gibt es fünf tatsächlich leere Sektoren. So, aber die brauchen wir jetzt nicht, weil wir euch jetzt das Standardspiel zeigen. Von daher legen wir jetzt die Expertenkarten mal zur Seite. So, was dann auch noch wichtig ist, das Spiel ist ein App-gesteuertes Spiel, das heißt, ihr braucht eine App dafür, die müsst ihr euch vorher herunterladen. Und jetzt könnt ihr hier neues Spiel beginnen und es ist ja auch ein Solospiel hier unten in der Ecke. Ich weiß nicht, ich zeige euch das mal, weil ich habe das Spiel nämlich auch Solo gespielt und ich habe am Anfang nicht gefunden, weil ich hier in der Mitte geguckt habe. Ich habe mich auf das Zentrum konzentriert und hier unten in der Ecke steht Solospiel starten. Also, wenn ihr das Spiel Solo spielen wollt, drückt ihr quasi hier drauf. Wir gehen jetzt hier auf neues Spiel beginnen. So, und dann müssen wir uns jetzt halt entscheiden, welchen Spielermodus haben wir. Haben wir Standard- oder Expertenmodus? Wir haben jetzt Standardmodus mit zwölf Sektoren, dann wählen wir den entsprechend aus und dann sagen wir hier unten Spiel beginnen. So, und jetzt habe ich hier einen, ich sage mal, Code generiert, J9Y7. Den teile ich dann den anderen Spielern mit, damit wir wollen ja alle das gleiche Spiel spielen und alle die gleichen Informationen haben. Denn die App verteilt jetzt diese ganzen Objekte, die es gibt, hier zufällig. Genau, Christian ist diesen Code eingegeben. Insofern haben wir jetzt, ich sage mal, das gleiche Spiel letztendlich betreten. Gehen hier auf Fortsetzen. Jetzt müssen wir noch sagen, an welcher Seite wir sitzen. Ich sitze hier an der Wintersonnenwende, das suche ich entsprechend aus. Und jetzt können wir auch noch den Schwierigkeitsgrad wählen. Das heißt, Jungspund, dann würden wir zwölf Startinformationen bekommen. Bei Anfänger acht Startinformationen, bei erfahrenen vier und bei Genie null Startinformationen. Das heißt, ihr könntet das Spiel, auch wenn ihr es mit Leuten spielt, die es vielleicht besser beherrschen als ihr, könntet ihr auch sagen, ich nehme Jungspund und du nimmst mal Genie. Weil ich es auch mal gerne gewinnen möchte. Ich würde mal sagen, mach einfach mal erfahren, vier Startinfos. Ja, das ist einfach, das ist um es besser zu zeigen. Genau. So, Startinfos. So, jetzt aber vielleicht erst einmal kurz, bevor ich euch die Startinfos hier, bevor wir das machen, vielleicht erst mal grundsätzlich. Wir hatten ja je gesagt, es gibt zwölf Sektoren. Wichtig ist, jeder Sektor beinhaltet genau ein Objekt oder ist tatsächlich leer. Es gibt fünf verschiedene Objekte. Es gibt zum einen Kometen, es gibt Asteroiden, es gibt Zwergplaneten, es gibt Gaswolken und es gibt den Planeten X. Und ihr habt hier immer bestimmte Vorgaben. Also jetzt im Standardspiel, es gibt zwei Kometen. Diese können nur in bestimmten Sektoren sein. Nämlich auf unserem Bogen hier, kannst du ja vielleicht da ganz kurz reinhalten nebenbei. haben wir hier bestimmte Sektoren, wo halt die Kometen dann sein können. Das sind die Symbole, das ist das Symbol für den Kometen. Und hier seht ihr in den Sektoren, in bestimmten, oder in bestimmten Sektoren seht ihr dieses Symbol für die Kometen. Und nur da können dann Kometen sein. Irgendwo verbergen sich also diese zwei Kometen. Dann gibt es insgesamt vier Asteroiden. Das ist das Symbol für die Asteroiden. Auch das findet ihr natürlich dann entsprechend wieder. Und da haben wir schon mal die Logikregel. Jeder Asteroid ist benachbart zumindest einem anderen Asteroiden. Das heißt, wir haben entweder ein Pärchen oder wir haben vielleicht eine Vierergruppe. Dann haben wir den Zwergplaneten. Davon gibt es einen im Standardspiel. Der Zwergplanet haben wir als Information. Der ist niemals benachbart zu Planet X. Dann gibt es zwei tatsächlich leere Sektoren in dem Standardspiel. Das heißt, da muss man nur aufpassen, wenn man vielleicht nachher, ich sag mal, eine Aktion macht durch Mustern, dann ist der Sektor, in dem sich Planet X befindet, beim Durchmustern auch scheinbar leer. Das heißt, wenn wir einen leeren Sektor finden, könnte sich da auch Planet X befinden. Dann gibt es zwei Gaswolken. Jede Gaswolke ist benachbart zumindest einem tatsächlich leeren Sektor und natürlich noch Planet X. Planet X ist nicht benachbart zu einem Zwergplaneten und beim Durchmustern oder wenn man einen Zielsektor eingibt, erscheint der Sektor, in dem Planet X dann letztendlich ist, scheinbar leer. Das heißt, wir haben ja schon mal so ein paar Logikregeln und diese fünf Objekte, also Komet, Asteroid, Zwergplanet, Gaswolke und Planet X, befinden sich in den Sektoren. Also in jedem Sektor ist entweder ein Objekt oder er ist tatsächlich leer. So, soweit erstmal dazu. Jetzt haben wir jeder unsere Startinfos bekommen und diese Startinfos, die tragen wir jetzt erstmal schon mal ein. Nein, ich mache das mal hier ein bisschen so, um euch das ein bisschen zu zeigen. Christian hört jetzt mal weg. Ich habe jetzt hier für Sektor 3 die Info, Christian hört das mal weg, dass da kein Asteroid ist. Das heißt, ich kann jetzt hier in Sektor 3 schon mal den Asteroiden durchstreichen. Das heißt hier, man könnte jetzt hier sagen, also in der Anleitung ist so gesagt, die Startinfos soll man so als Kästchen praktisch schwärzen. Hast du die gleichen Startinfos? Du hast genau die gleichen Infos wie ich. Nein, hörst du nicht. Sektor 5 habe ich eine andere Info als du. Krass, okay, dann höre ich doch zu. Nein, hörst du nicht zu. Sektor 5, also das macht ihr natürlich geheim. Wir zeigen euch das jetzt, deswegen machen wir das hier ein bisschen anders. Die Infos sind natürlich für jeden Spieler geheim. Die würdet ihr natürlich nicht öffentlich verkündigen. Ich habe jetzt hier die nächste Info, Sektor 5, da ist kein Zwergplanet. Das heißt, in Sektor 5 kann ich schon mal den Zwergplaneten ausschließen. Sektor 7 ist keine Gaswolke. Das heißt, in Sektor 7 kann ich das Symbol für die Gaswolke auch schon mal entsprechend ausschließen. Und in Sektor 11 ist auch kein Zwergplanet. Das Symbol kann ich da dann auch schon mal entsprechend ausschließen. Doch, unterschiedlich. Das ist spannend. Das wussten wir nämlich bisher gar nicht. Ja, weil wir es ja bisher immer geheim gespielt haben. Wir haben ja gesagt, die Infos sind natürlich geheim. Jetzt ist es ja, ich sage mal, im Review ein bisschen anders. Christian hat seine Infos, die er da bekommen hat, auch entsprechend vermerkt. Bisschen gemein, du hast jetzt meine gehört dich da nicht. Nein, ich habe es echt nicht zugehört. Das ist schön. Das ist, nein. Jetzt haben wir unsere Startinfos bekommen. Über den ersten habe ich gehört mit dem Asteroiden, weil der bei mir eben auch war. Okay. Jetzt haben wir hier unsere Startinfos. Dann gehen wir jetzt hier auf Spiel beginnen. Und jetzt bekommen wir noch, wir haben hier unten noch, wir können nachher noch forschen. Jetzt bekommen wir die Themen für die Forschung. Und die können wir jetzt entsprechend eintragen. Ich habe hier einmal Thema A-Forschung ist Kometen, das kürze ich mit einem K ab. Thema B-Forschung ist Asteroiden, das kürze ich mit einem A ab. Thema C ist Gaswolken und Kometen, das ist dann G plus K entsprechend abgekürzt. D ist Gaswolken und Zwergplaneten, auch entsprechend abgekürzt. G plus Z, E ist Asteroiden und Zwergplaneten und F ist Asteroiden und Kometen und die Konferenz X1 unten ist Planet X plus Asteroiden. Also das kürzt ihr hier alles ab, weil ihr könnt nachher hier auf eurem Bogen, hier tragt ihr nachher eure Aktionen ein und die Ergebnisse und hier neben könnt ihr die, ich sag mal, Sachen eintragen, die die Mitspieler dann machen. Und hier habt ihr dann noch Platz für die Ergebnisse, die ihr aus den Forschungen bekommt. So, wie läuft jetzt, ich sag mal, das Spiel letztendlich ab? Jetzt gehen wir hier erstmal fortsetzen. Ich hatte ja schon gesagt, es ist immer der Spieler, aktiver Spieler, der hier auf dieser Zeitleiste am weitesten hinten liegt, das heißt, ich fange an. Der aktive Spieler kann immer genau eine Aktion ausführen. Es gibt vier Aktionsmöglichkeiten, auch die habt ihr hier auf eurem Sichtschirm. Zum einen können wir durchmustern. Wenn wir durchmustern, geben wir eines der möglichen Objekte an, das heißt Komet, Asteroid, Zwergplanet, Gaswolke. Und dann können wir nach diesen, ich sag mal, Objekten letztendlich aber auch nur den sichtbaren Bereich des Himmels durchmustern. Und der sichtbare Bereich ist immer der Bereich, wo die Zahlen hier auf der inneren Scheibe, kann man innere Scheibe sagen, ja? Also wo die Zahlen auf dem inneren Bereich hier sichtbar sind. Das ist immer genau die Hälfte der ganzen Sektoren, also immer sechs Sektoren sind sichtbar und da kann ich durchmustern. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel sagen, ich durchmustere in bestimmten Sektoren nach Asteroiden oder nach Kometen. Wobei bei Kometen muss man aufpassen, wenn ich nach Kometen durchmustere, muss ich immer mit der Durchmusterung in einem Sektor anfangen, in dem auch tatsächlich ein Komet sein kann und muss auch in einem Sektor enden mit der Durchmusterung, in dem auch tatsächlich dann ein Komet sein kann. Je nachdem, welche Anzahl von Sektoren ich durchmustere, muss ich Zeit bezahlen, auf der Zeitleiste entsprechend vorgeben. Oder ich kann einen Zielsektor wählen. Das kann ich aber genau nur zweimal im Spiel machen. Das heißt, ich sage mir jetzt, oh, dieser Sektor, da vermute ich irgendwas ganz Wichtiges. Dann ziele ich auf diesen Sektor und dann sagt mir halt die App, welches Objekt sich in diesem Sektor befindet oder ob er vielleicht scheinbar leer ist. Das wäre die zweite Aktionsmöglichkeit. Oder ich kann erforschen. Das heißt, ich kann mir eins dieser Themen aussuchen und bekomme dann der Logik folgend irgendwas angegeben, was jetzt zu unserem Spiel hier passt. Zeigen wir euch dann nachher nochmal einen weiteren Spielverlauf. Ihr könnt, es macht übrigens keinen Sinn, wenn man eine Forschung mal gemacht hat, also wenn ich jetzt Forschung A, Kometen einmal gemacht habe, brauche ich es nicht nochmal zu machen, weil die Antwort ist immer die gleiche. Da gibt es keine neuen Forschungen, sondern es ist einmal eine Forschung und wenn man das einmal erforscht hat, das Thema, dann braucht man es auch kein zweites Mal erforschen. Und die letzte Möglichkeit, denn darum geht es ja letztendlich, Planet X lokalisieren. Das heißt, wenn ich irgendwann mal weiß, wo der Planet X ist, dann wähle ich die Aktion Planet X lokalisieren. Dann muss ich zum einen sagen, in welchem Sektor befindet sich Planet X und ich muss aber auch sagen können, welche Objekte befinden sich links und rechts von dem Sektor zu Planet X, also welche Objekte sind dann in den beiden benachbarten Sektoren dann drin. Wenn ich das erfolgreich gemacht hätte, dann würde ich zu den Spielern sagen, ich habe Planet X lokalisiert. Ich würde natürlich nicht sagen, wo und auch nicht, welche Objekte benachbart sind. Und dann wird sofort das Spielende eingeleitet. Das heißt, die anderen Spieler haben dann keinen Spielzug mehr, sondern die können dann noch, je nachdem, wie weit sie von mir entfernt stehen, muss dann natürlich für Planet X, wie für alle Aktionen, immer meinen Marker hier entsprechend auf der Zeitleiste vorsetzen. Je nachdem, wie weit entfernt sie von mir stehen, können sie entweder noch ein oder zwei Theorien verkünden oder auch noch Planet X lokalisieren und würden dann, wenn sie es noch erfolgreich schaffen, Planet X zu lokalisieren, je nachdem, dann noch Siegpunkte bekommen können. Genau, soweit erstmal dazu. Und dann zeigen wir euch, würde ich sagen, das ist einfach nochmal so im Detail, wie das jetzt funktioniert. So, dann bin ich ja Startspieler. Ich stehe ja am weitesten hinten. Ich nehme mal hier meinen Zielmarker wieder raus. Und ich würde jetzt einfach mal durchmustern. Das heißt, ich nehme jetzt hier in dem Spielmenü durchmustern. Das kostet mich entweder drei oder vier Zeiteinheiten, je nachdem, wie viele Sektoren ich jetzt für die Durchmusterung wähle. Wichtig, wie gesagt, ich kann nur den sichtbaren Himmel durchmustern. Und dann würde ich jetzt einmal gucken. Ich mache jetzt mal, wir sind jetzt Sektor, ich muss mal ganz kurz gucken, 1 bis 6. Und ich mache jetzt einfach mal, ich durchmustere mal noch Kometen. Das heißt, ich gebe hier an, Durchmusterung nach Kometen. Dann muss ich hier einen Anfangssektor angeben. Bei Kometen muss ich ja einen Sektor wählen, in dem tatsächlich auch ein Komet sein könnte. Ich nehme jetzt hier mal die 2. Und ich muss auch einen Endsektor nehmen, in dem tatsächlich ein Komet sein könnte. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal die 5. Und diese Infos, die sagt ihr auch tatsächlich laut zu euren Mitspielern. Das heißt, ihr müsst einmal sagen, nach was ihr durchmustert, also nach welchem Objekt, in dem Fall der Komet. Und ihr müsst auch sagen, in welchen Sektoren ihr durchmustert. Das habe ich jetzt eingegeben. 2 bis 5 sind sichtbar. Und dann sage ich jetzt, ich habe jetzt, ich muss einmal ganz kurz gucken, ich weiß nicht aus dem Kopf. Ich habe jetzt insgesamt 4 Sektoren durchmustert. Das kostet mich dann gleich 3 Zeiteinheiten. Zeigt aber auch an. Das zeigt er hier oben aber auch an. Genau. Wenn ich 1, 2 oder 3 Sektoren durchmustert, kostet mich das 4 Zeiteinheiten. 4, 5 oder 6 Sektoren. Wenn ich die durchmustert, kostet mich das 3 Zeiteinheiten. So, dann sage ich jetzt hier durchmustern. Und dann sagt mir jetzt die App, wie viele Kometen ich in diesem Bereich finde. Diese Info teilt ihr natürlich nicht euren Mitspielern mit, sondern die ist natürlich privat, die ist nur für euch. Und dann seht ihr hier, es gibt genau, ich zeige das jetzt mal so an, so viele Planeten. Planeten, äh, Planeten sage ich schon. Es gibt genau einen Kometen in den Sektoren 2 bis 5. So, und jetzt würde ich das hier entsprechend eintragen. Das heißt, ich mache hier Aktionen. Ich habe durchmustern gemacht. Ich schreibe jetzt hier mal K für Kometen hin. Ich habe die Sektoren 2 bis 5 durchmustert. Und das Ergebnis trage ich hier ein. So viele Kometen befinden sich da. Das hilft mir jetzt natürlich noch nicht so viel weiter, weil ihr seht ja hier, es gibt 3 Möglichkeiten. So, und jetzt muss ich noch die Zeiteinheiten vorgehen. Das heißt, 3 Schritte. 1, 2, 3. Wenn man die Schritte vorgegangen ist, müsste man eventuell noch die Erdscheibe drehen. Die Erdscheibe wird nämlich immer dann gedreht, wenn sie nicht, ich sage mal, an den Sektor grenzt, wo der am weitesten hinten liegende Spieler tatsächlich momentan steht. Das haben wir aber nicht. Dann gibt es hier noch so, ich sage mal, Felder auf dem Spielplan. Das heißt, wenn wir mit der Erdscheibe hier ein bestimmtes Symbol, wie zum Beispiel dieses hier, erreichen, dann können wir eine Theorie abgeben. Dann müssen wir auch jedes Mal das Spiel unterbrechen. Dann wird eine Theorie, ich sage mal, verkündet, beziehungsweise nicht verkündet, sondern können die Spielertheorien aufstellen. Und es gibt hier auch noch X1. Wenn wir das Symbol erreichen, dann wird die Konferenz praktisch, das Spiel für eine Konferenz kurz unterbrochen. So, aber jetzt ist Christian erstmal dran und macht sein Spiel zu. Genau, ich mache die Aktion Forschung. Das heißt, ich markiere hier bei mir ein F für Forschung, so mache ich das jedenfalls. Und ich will A erforschen, das sind die Kometen. Das heißt, ich gehe auf der App, auf Kopfhöhe, das wird lustig, Forschung. Und jetzt kann ich sagen, welche von den Forschungsfeldern will ich erforschen. Dann mache ich eben das obere. Michaela guckt natürlich voll drauf. Ich gucke weg. Und dann kann ich eben sagen, Informationen anzeigen. Ganz kurz, Christian muss auch, wenn man eine Forschung macht, man muss auch sagen, welches Thema man erforscht. Das heißt, Christian hat das Thema Kometen. Das heißt, ich kann jetzt hierbei, ich nehme jetzt hier mal, das ist Christian. Ich schreibe jetzt hier mal Christian und dann schreibe ich mir dahin, Forschung A hat Christian gemacht, weil Christian mir sagen muss, welche Forschung er macht. Das Ergebnis der Forschung muss er mir natürlich nicht mitteilen. Das ist natürlich wieder dann privat. Und das gibt dann natürlich wiederum Aufschluss, über wo sich vielleicht Kometen befinden können. Genau. Ich halte euch das einfach mal rein. Also da steht jetzt eben drin, wo sie sich befinden. Das wird jetzt so ein bisschen eingeschränkt in irgendeiner Form. Und das habe ich mir jetzt hier auch notiert. Und das waren dann erstmal diese Informationen. So, und wenn Christian forscht, dann kommt er entsprechend einen Schritt vorwärts. Das heißt, Christian geht jetzt auf der Zeitleiste einen Schritt vor. Jetzt wird die Erdscheibe gedreht, weil in dem Sektor, wo die Erdscheibe momentan ist, steht keine Spielfigur mehr. Jetzt wird sie so lange gedreht, bis sie zu einem Sektor kommt, wo die letzte Spielfigur steht. Wie gesagt, würde sie an diese Symbole kommen, würde das Spiel kurz unterbrochen werden. Und wir würden entsprechend das abhandeln, was bei den Symbolen passiert. Das heißt, Christian ist jetzt schon wieder am Zug, weil er der Spieler ist, der am weitesten zurückliegt. Genau, und jetzt ist es so, man darf ein zweites Mal forschen, direkt hintereinander darf man nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt erst eine andere Aktion machen, um dann wieder forschen zu können. Und ich mache jetzt mal, oh, jetzt geht das mit dem Nachdenken schon los. Sorry, das ist wieder ganz schrecklich. Ja, ich mache durch Mustern das, was du auch gemacht hast. Und zwar sichtbarer Bereich. Ich will grundsätzlich auch durch Mustern nach Kometen. Ich glaube, das hast du auch gemacht. So, ich möchte aber jetzt durch Mustern und zwar drei. Also Christian startet auch in einem Sektor, wo tatsächlich ein Komet ist. Also das muss er auch bekannt geben, was er durch Mustern und welche Sektoren? Also drei bis fünf. Drei bis fünf, okay. So, das kostet mir jetzt gleich vier Einheiten, weil es halt eben so ein kurzer Bereich ist, den ich dadurch suche. So, und jetzt, Michaela, guck mal weg. Ja. Ich zeige euch das einmal. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sag mir die App, dass da 27 Kometen in diesem Bereich sind. 27, so gibt es ja, es gibt nur zwei Kometen. Das markiere ich mir dann natürlich und komme damit auch nicht so großartig weiter. Gut. So, dann kommt Christian jetzt hier ja eins, zwei, drei, vier Schritte vorwärts. Jetzt wird die Scheibe hier wieder gedreht. So, und jetzt kommen wir zu diesem Symbol hier. Und jetzt ist es im Standardspiel so, dass jetzt jeder Spieler eine Theorie verkünden kann, wenn er möchte. Dafür haben wir hier die Theorie-Marker. Im Expertenspiel könnt ihr immer bis zu zwei Theorien dann verkünden. Verkünden bedeutet, jeder Spieler sucht sich jetzt einen Theorie-Marker aus. Er muss es nicht, er kann es aber, aber wenn er jetzt meint, er weiß schon, dass ein Objekt in einem bestimmten Sektor ist. Zum Beispiel, vielleicht weiß ich jetzt, ich weiß ja schon, dass in diesen Sektoren vielleicht ein Komet sein wird. Und ich bin mir vielleicht schon sicher, dann nimmt jetzt jeder Spieler verdeckt, wenn er es dann möchte, einen Marker oder auch nicht und legt die Hand neben sein Spielbrett. Und wenn das alle gemacht haben, dann... Ja, Entschuldige, ich bin gerade noch ganz kurz am Logik... Alles gut? Ding, bisschen dunksen, 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 dunksen. Deswegen hat man die eigentlich auch verdeckt. Ich habe jetzt bei Christian mal so hingelegt. So, jeder legt jetzt verdeckt seine Hand dahin. Und jetzt wird offen gelegt. Und jetzt würde in Spielereihenfolge, würden jetzt diese Marker platziert werden. So, und zwar gibt es ja für jeden Sektor, gibt es ja vier Felder. Und wenn ihr eine Theorie jetzt aufstellt in dem Moment, wird der Marker von dem Spieler immer auf dieses Feld hier oben, auf dieses Plusfeld gelegt. Hätte ich jetzt auch einen Marker genommen und ich hätte hier auch, ich sage mal, eine Theorie vielleicht, ja, nicht verkünden noch nicht, aber vielleicht schon aufstellen wollen, dann legt man einfach sein Plättchen mit dazu. Eigentlich wäre jetzt ja ich als Startspieler zuerst dran gewesen und Christian ist ja bei uns beide dahin gelegt, sodass wir nachher, wenn es dazu kommt, wer war erster, wären wir beide gleichzeitig da gewesen. So, ich möchte jetzt ja aber gar nicht. So, dann rutscht jetzt der Theorie-Marker schon mal ein Feld runter. Wenn er hier unten ankommt, dann wird die Theorie praktisch offen gelegt. Das heißt, dann wird der Marker umgedreht und dann gibt es eine per Review und dann wird überprüft, ob das richtig ist. Und dann wissen wir eventuell, wenn sie richtig ist, können alle Spieler, haben sie schon eine, ich sage mal, Information mehr. Und dafür kann man am Spielende nachher auch Punkte bekommen. So, soweit, so gut. Theorie hast du da gemacht. Ich habe keine gemacht, weil ich immer noch keine Ahnung habe. Ich auch nicht. Und ich mache jetzt mal das Gleiche, was Christian gemacht hat. Ich mache jetzt auch mal Forschung Kometen. Das heißt, ich mache auch mal Forschung A, weil das scheint ja vielleicht was ganz Interessantes gewesen zu sein, was du da gemacht hast. Das heißt, ich mache auch mal Forschung. Forschung Kometen. Und alle Kometen befinden sich in einer Reihe aus vier Sektoren oder weniger. Das kann ich jetzt immer laut sagen, weil Christian hat das ja auch schon gemacht. Genau, von daher, ich hätte jetzt Christian nur sagen müssen, ich durchforsche Kometen. Das Ergebnis hätte ich ihm nicht sagen müssen. Okay, Kometen befinden sich in einer Reihe von vier Sektoren oder weniger. Das hilft mir jetzt nicht wirklich so viel weiter. Das heißt, ich komme jetzt wieder einen Schritt vor. Die Scheibe wird dann hier wieder entsprechend gedreht, bis sie an den Sektor stößt, wo der am weitesten hinten liegende Spieler steht. Das heißt, ich schreibe mir jetzt hier ein Kometen in einer Reihe von vier Sektoren oder weniger. Das hat mich jetzt nicht so viel weitergebracht. Okay, dann bin ich ja nochmal wieder dran, weil ich ja hinter Christian liege. Und jetzt muss ich mal ganz kurz einmal gucken. Sichtbar haben wir jetzt fünf bis insgesamt zehn. Ich mache jetzt einfach nochmal, ich gebe mal nicht auf mit den Kometen. Ich mache nochmal durch Mustern Kometen. Und ich starte in Sektor fünf. Und Mustern ja enden in Sektor sieben. Und dann schauen wir doch mal, was wir da haben. Wunderbar. Ihr seht hier das Ergebnis. Christian hält sich mal kurz die Ohren zu. Es gibt zwei Kometen in den Sektoren fünf bis sieben. Dafür muss ich gleich vier Schritte nach vorne. Aber das hat mich natürlich jetzt weitergebracht, weil ich kann jetzt hier schon mal sagen, das ist ein Komet und das ist ein Komet. Insofern kann das alles andere nicht sein. Von daher habe ich die Kometen schon mal erledigt. Es gibt ja nur zwei Kometen, die kann ich schon mal abhaken. Wunderbar. Und dann komme ich noch eins, zwei, drei, vier Schritte vorwärts. Und die Scheibe wird hier wieder entsprechend gedreht. Okay, das hat mich jetzt schon mal, um das mal so zu sagen, nicht weitergebracht. Das war eine ganz schlechte Info. Die hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Das ziehst du immer und nachher so wupp, 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 wupp. Ja, 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 ja. Wer gewinnt dieses Spiel immer? Ja, ich. Also von da genau. Also nichts mit wupp, 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 wupp. Achso, jetzt kann ich natürlich auch, wenn ich das rausgefunden habe, kann ich natürlich hier bei den anderen das entsprechend dann natürlich durchstreichen. So, ich mache einmal Forschung und zwar mache ich mal Forschung D. Forschung D, also Gas, Wolke und Zwergplanet machst du. Genau. Viel Erfolg. Gas, Wolke und Zwergplanet. Gas, Wolke und Zwergplanet. So, da kommt Christian Einfeld vorwärts. Die Scheibe wird wieder gedreht und wir kommen wieder an so ein Symbol. Warte mal ganz kurz. Ja, ich kann es ja nur nebenbei erklären. Du kannst ja aufschreiben, wo wir eine Theorie wieder letztendlich verkünden können. Wie gesagt, im Standardspiel eine. Im Expertenspiel könnte man jetzt zwei seiner Theoriemarker nehmen. Und dann nimmt sich dann jeder Spieler, wenn er das möchte. Ich halte mal meine Ohren zu. Du kannst es ja einmal erzählen, was es ist. Also jede Gas, Wolke befindet sich innerhalb von drei Sektoren des Zwergplaneten. Also angenommen, der Zwergplanet ist hier, dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann wüsste ich hier, es ist nicht der Zwergplanet, das wüsste ich ja eh. Aber ich wüsste auch, hier sind nicht die Gas, Wolken. Da ich weder das eine noch das andere momentan weiß, ist es relativ egal. Aber ich kann einfach mal weiterreden, wie ich hier leider denke. Ja, ich habe nicht gesagt, dass du die Ohren freimachen sollst. Wenn du dich so angrinst, dann denke ich das doch mal. Achso, ja, das ist alles klar. So, jetzt haben wir ja die Scheibe gedreht. Und wir haben ja gesagt, sobald wir an so ein Symbol kommen, wird das Spiel kurz unterbrochen. Das heißt, jeder kann jetzt wieder seine Theoriemarker, wenn er möchte, einen sich nehmen. Und dann legen wir die verdeckt schon mal hier in die Hand. Und dann wird gleich in Spielereihenfolge. Das heißt, Christian darf dann zuerst, so er dann möchte. Genau. Möchtest auch eine Theorie verkünden. Du möchtest dahin und ich möchte ganz gerne dahin. So, jetzt kommen alle Theoriemarker, wie das einfällt, nach unten. Zack. Und die Erdscheibe dreht sich weiter. Und Christian ist schon wieder am Zug, weil ich leider so viele Schritte ausgegeben habe, nämlich vier. Von daher darfst du schon wieder. Wo bin ich denn? Bei der sieben. Sieben, sieben, sieben. Sieben bis zwölf sind momentan sichtbar. Genau. Dann machen wir doch einfach mal. Ich mache mal durchmustern. Und zwar mache ich durchmustern von der sieben. Erstmal bitte was? Ach Gott, das zuerst? Ja. Das wollte ich euch überraschen. Dann machen wir mal ein Zwerg daneben. Zwerg daneben. Von der sieben bis zur elf. Und bei allen anderen Objekten, wir hatten ja gesagt, beim Kometen muss man in einem Sektor starten und enden, wo jemals auch ein Komet sein könnte. Bei allen anderen Objekten müsst ihr nur darauf achten, dass ihr einen sichtbaren Bereich durchmustert. Dann müsst ihr aber nicht, weil da könnt ihr ja auch nicht wissen, wo diese Objekte sein können. Genau, ich muss drei Ställe gehen. Eins, zwei, drei. Dann haben wir das auch schon mal weg. Und? Ich halte mir die Ohren zu. Es gibt keinen Zwergplanet in dem Bereich. Okay. Gut, du bist gegangen. Dann drehen wir die Erbscheibe wieder so weit weiter, bis sie zu mir stößt. Jetzt bin ich endlich auch mal wieder dran. Zwergplaneten, sagst du, war interessant. Dann mache ich mal, ich mache jetzt erstmal an die Forschung. Ich habe ja als letztes, nee, was habe ich denn als letztes gemacht? Ich habe doch als letztes durch Mustern gemacht. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich habe ja als letztes Kometen gemacht und das war fünf bis sieben. Von daher könnte ich ja schon wieder forschen. Dann mache ich mal Forschung. Ich mache mal hier Forschung B. Also ich erforsche die Asteroiden. Gucken wir uns doch mal an, was da passiert. Das heißt, ich gehe hier auf Forschung und das Thema ist Asteroiden. Wie gesagt, Thema muss man sagen, das Ergebnis natürlich nicht. Christian hält sich mal ganz kurz die Ohren zu. Hier steht jetzt, alle Asteroiden befinden sich in aufeinanderfolgenden Sektoren. Das bedeutet, wir haben ja insgesamt vier Asteroiden. Das heißt, die sind irgendwo zusammen. Das heißt, die vier Asteroiden sind irgendwo zusammen. Das heißt, hier kann schon mal kein Asteroid sein, weil das ja keiner, da ist ja ein Komet und da auch. Das heißt, da kann kein Asteroid sein. Das heißt, sie können wieder hier sein. Also in diesem Bereich, ja, irgendwo da zusammenhängt. Und hier können sie auch nicht sein. Den kann ich auch schon mal streichen, weil ich da ja als Startinfo bekommen habe, da kann auch keiner sein. Von daher können sie jetzt diese vier nur in dem Bereich noch sein dann für mich. Okay, und dafür muss ich jetzt wieder einen vorwärts gehen. Wenn man auf ein Feld kommt, wo schon eine Spielfigur steht, wird die Spielfigur oder die Spielfigur, die dazukommen, immer vor die Spielfiguren gestellt, die da schon stehen, sodass die Spielfigur, die da schon steht, halt wieder vor einem dran ist. So, das heißt, ich würde jetzt für mich hier mal einmal notieren entsprechend. Sorgt euch nicht, ich kann meine Handschrift lesen. Ich weiß, dass sie nicht so gut sind. Nie im Leben. Doch, ich kann meine Handschrift lesen. So, ich bin schon einen vorgegangen. Wie gesagt, ich musste mich dann vor Christian stellen, weil wenn man auf ein Feld kommt, auf denen schon Figuren stehen, muss man sich da vorstellen. Und jetzt müssen wir wieder unterbrechen, nämlich wieder für eine Theorie. Das heißt, wir können wieder eine Theorie abgeben. Okay, in Spielereihenfolge, du wirst zuerst, du möchtest nicht. Ich habe keine, ich habe diesmal, ich bin planlos jetzt gerade. So, jetzt, der geht runter, der geht runter, der geht runter, der geht runter. Und hier, der ist jetzt auf dem untersten Feld, das heißt, der wird jetzt umgedreht. Und dafür wird jetzt, da gibt es jetzt eine sogenannte Pair Review. Da drückt ihr jetzt Pair Review und dann müsst ihr sagen, den Sektor, das ist jetzt Sektor 5, da muss entsprechend eingegeben werden. Sektor 5 und das Objekt, in dem Fall ein Komet. Und, da sind wir doch gespannt. Und das wird auf allen jetzt bekannt gegeben. Das heißt, alle Spieler wissen jetzt, dass sich in diesem Sektor tatsächlich ein Komet befindet. Wenn jetzt die Theorie falsch gewesen wäre, dann wäre dieser Marker entfernt worden. Und der Spieler, der eine falsche Theorie aufgestellt hat, hätte als Strafe seine Spielfigur im Einfeld vorsetzen müssen. Das heißt, er verliert im Prinzip, ich sage mal, ja, ein bisschen Zeit letztendlich. Da die Theorie jetzt richtig ist, wird jetzt hier mein Marker auch umgedreht. Wäre die Theorie falsch gewesen, wäre er, wie gesagt, rausgekommen. Christian hätte ein Feld vorgemusst und der Marker wäre noch verdeckt liegen geblieben. Jetzt wird aber meiner dann entsprechend auch aufgedeckt. Und in diesem Sektor können ab sofort jetzt auch keine weiteren Theorie-Marker mehr eingesetzt werden. Ich schaue jetzt, ne? Ja, ja, du warst. Ja, 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 ja. So, und damit ist Christian jetzt entsprechend dann dran. Was denn? Du wusstest doch, dass das richtig ist. Ja, nee, wie ist jetzt, was ich jetzt mache, das ist so das Problem. Ich mache mal Forschung C. Forschung C. Das heißt, du guckst dir Gas, äh, Gasplaneten, hätte ich schon fast gesagt, Gaswolken und Kometen schaust du dir an. Genau. Ah, das ist schon mal schön. Ich halte meine Ohren wieder zu. Also, da steht jetzt drin, dass die Gaswolken, also mindestens eine Gaswolke befindet sich direkt gegenüber eines Kometen. Und da ich ja schon mal weiß, wo die Kometen sind, wieso, weshalb, erkläre ich euch nachher, äh, hilft mir das nicht so richtig heute eigentlich. Aber egal, es hat mich nur einen gekostet, von daher muss ich nur einen Strich machen, ähm, ist dann so. Okay, damit bist du ja schon wieder fertig, dann bin ich dran. Und ich möchte jetzt ganz gerne mal durchmustern, und zwar möchte ich jetzt mal ausschauen nach Asteroiden halten. Und da muss ich jetzt ganz kurz mal gucken, wir haben sichtbaren Himmel, ich darf ja nur einen sichtbaren Himmel durchmustern. Und ich mache doch mal 10 bis Sektor 1, da gucken wir doch mal, wie viele Asteroiden dort sind. Christian hört mal weg, und jetzt sehe ich hier als Ergebnis, es gibt zwei Asteroiden in den Sektoren 10 bis 1. Das heißt, ich schreibe mir hier wieder auf durch Mustern, Aktion Asteroiden 10 bis 1, Ergebnis 2 entsprechend. Und dann komme ich hier 1, 2, 3 Zeiteinheiten dafür vorwärts. So, die Erdscheibe wird jetzt wieder gedreht. Und jetzt haben wir die zweite Besonderheit, hier ist nämlich X1, das heißt, jetzt kommen wir zur ersten Planetenkonferenz. Auch hier gilt das, das Gleiche wie bei den Forschungsthemen. Wenn die Erdscheibe hier das erste Mal landet, wird diese Planetenkonferenz aufgerufen über die App. Wenn sie das zweite Mal dort wieder landet, müsst ihr das nicht nochmal machen, weil da gibt es dann keine neuen Infos. Die Infos gibt es nur einmal. Auf der Expertenseite, auf der Rückseite, gibt es einmal X1 und X2. Das heißt, da bekommt ihr entsprechend zweimal Infos. Und diese Expertenkonferenz, beziehungsweise Planet X-Konferenz, wie gesagt, das tippt ihr hier an. Und diese Infos sind auch für alle dann zugänglich. Das heißt, die bekommen auch alle Spieler. Und da wissen jetzt alle Spieler wieder ein bisschen mehr. Hier zum Beispiel, Planet X befindet sich innerhalb von drei Sektoren eines Asteroiden. Und das würde ich mir jetzt hier entsprechen und aufschreiben. X innerhalb von drei Sektoren eines A. So, das heißt, wir haben jetzt wieder ein paar mehr Infos. Und dann wäre Christian am Zug. Und so würde man jetzt halt so lange spielen, bis letztendlich ein Spieler Planet X gefunden hat. Wenn das so ist, dann ruft er hier über die App dann entsprechend aus. Natürlich, wenn er am Zug ist, dann muss er noch am Zug sein. Dann sagt er hier, Planet X. Ich will mal ganz kurz noch was ausprobieren. Ich will noch mal ganz kurz hier durchmustern. Du bist ja dran, okay. Weißt du schon, wo er ist oder wie? Ja, ich habe so eine Idee. Okay, dann mach du noch mal deinen Zug, wenn du das schon weißt. Dann brauchst du gar nicht erklären. Nein, es ist ein Spaß. Weiß ich nicht, aber ich will trotzdem was ausprobieren. Okay. Okay, alles klar. Du kannst weiter erzählen. Erzähl doch erst mal, was du gefunden hast. Ich habe die beiden Gaswolken gefunden. Du hast die beiden Gaswolken gefunden. Okay, dann würde jetzt wieder die Erdscheibe entsprechend gedreht werden. Du hast dich vorgesetzt. Und wie viele Felder? Eins, zwei, drei. Ich bin gerade vorgegangen, ja. Okay. So, dann würden wir jetzt wieder eine neue Theorie machen, sofern man dann könnte und wollte letztendlich. Dann machen wir das doch einfach noch mal, wenn du noch was gemacht hast. Und wir können ja vielleicht gleich nochmal einmal den Zielsektor, den haben wir ja auch noch nicht gemacht, den kann ich ja gleich einmal als Zug dann einmal kurz zeigen. So, wir können jetzt in 10 bis 1. Das ist jetzt natürlich doof. Ich weiß, dass in 10 bis 1 zwei Asteroiden sind. Und ich weiß auch, dass die Asteroiden in einer aufeinanderfolgenden Reihe von Sektoren sind. Von daher, das ist noch nicht so richtig gut, weil die könnten dann ja noch hier sein oder da sein. Aber ich bin sowieso nicht so gut im Logik-Rätseln, sage ich gleich mal vorab. Von daher, Theorie verkünden. Tja, wenn da einer ist. So, dann machen wir das nochmal verdeckt. Ich mache keine Theorie, du machst eine. So, die können ja nicht mehr runter. Übrigens, in Sektoren, wo schon eine PL-Review gemacht wurde, da dürfen auch keine Marker natürlich mehr platziert werden. Weil da, wo schon offenkundig ist, was da ist und wenn es richtig ist, da dürfen keine Marker mehr platziert werden. Man dürfte aber zum Beispiel, Christian hätte jetzt auch, wenn er jetzt hier vielleicht irgendwie gepokert hätte und er hat jetzt festgestellt, da ist doch was anderes, hätte er jetzt auch hier eine weitere Theorie hinlegen können. Man darf nun nicht in einem dem gleichen Sektor zweimal die gleiche Theorie, das gleiche Objekt. Also Christian hätte jetzt nicht hier zum Beispiel sagen können, das ist ein Asteroid und das ist ein Asteroid. Das funktioniert nicht, sondern verschiedene Objekte geht, solange hier die PL-Review noch nicht ausgelöst wurde. So, dann kommt der wieder runter, der kommt runter und der kommt runter. Und dann haben wir hier wieder eine PL-Review, das heißt, das Objekt wird umgedreht. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob in Sektor 7 tatsächlich, wie Christian das da gemacht hat. Wir drücken hier einmal per Review, dann Sektor 7 und das Objekt ist ein Komet. Und dann gucken wir mal, was die App sagt. Und die App sagt korrekt, Sektor 7 hat ein Komet. Tadam, natürlich. Das heißt, alle Spieler, die das jetzt vielleicht noch nicht wussten, können jetzt für sich hier entsprechend einkreisen bei Sektor 7, da ist ein Komet. Alles andere kann man durchstreichen. Das heißt, man bekommt durch diese Theorien der anderen Spieler, sofern sie dann korrekt sind, oder auch wenn sie falsch sind, kann man ja ein Objekt durchstreichen, weil sich damit ja dann bewahrheitet hat, das Objekt ist nicht da, bekommt man halt weitere Informationen. Jetzt wird halt, wie gesagt, weil die Theorie hier richtig war, mein Marker auch aufgedeckt, der ist auch richtig, deswegen bleibt er entsprechend liegen. Wäre jetzt meine Theorie in diesem Sektor falsch gewesen, ich hätte da also vielleicht keinen Kometen vermutet, sondern vielleicht einen Asteroiden, dann wäre mein Plättchen jetzt entfernt worden vom Spiel und ich hätte mit meiner Spielfigur auch um eine Zeiteinheit auf der Zeitleiste weiter nach vorne gehen müssen als Strafe. Okay, dann bin ich ja nochmal dran. Ich mache jetzt einfach mal, weil wir euch das noch nicht gezeigt haben, es gibt ja noch Zielsektor, das heißt, bist du zweimal im Spiel, kann ich auch, ich sage mal, mir ein Zielsektor auswählen und ich mache doch jetzt einfach mal, ich sage jetzt hier mal einfach, das muss aber auch ein sichtbarer Sektor, also ein sichtbarer Himmel sein, das heißt, Sektor 12 hätte ich jetzt vielleicht gerne gemacht, kann ich aber nicht, von daher mache ich jetzt einfach mal, warum bist du da in Sektor 1? Hm, ich mache mal Zielsektor 1, das heißt, ich muss jetzt den anderen Spielern mitteilen, in welchem Sektor ich mein Ziel ausführe, ich lege jetzt einfach mal meine Scheibe mal hin. Du suchst eine Gaswolke? Ich suche eine Gaswolke. Das ist eine Gaswolke, eins ist eine Gaswolke. So, dann gebe ich jetzt Zielsektor 1, wichtig, da steht auch wieder drauf, nur im sichtbaren Bereich des Himmels kann ich wählen und dann nehme ich hier Sektor 1. So, und jetzt sagt mir halt die App, was in Sektor 1 ist, das Objekt, wenn da eins ist oder wenn es jetzt ein leerer Sektor wäre, würde sie sagen, sie ist scheinbar leer oder der Sektor ist scheinbar leer. So, und jetzt würde ich das entsprechend notieren, das heißt, ich hätte jetzt hier Ziel gemacht, Ziel 1, äh Quatsch, ja doch Ziel 1 und jetzt wüsste ich halt, hier ist definitiv dieses Objekt, das könnte ich einkreisen, ich sage das mal laut, eine Gaswolke. So, und damit kann ich jetzt auch ausschließen, dass hier ein Asteroid ist, weil ich habe ja die anderen Infos und ich habe aber noch diese Infos, 10 bis 1 sind auf jeden Fall 2, das heißt, eigentlich müssten die Asteroiden 1, 2, 3, 4 dort sein, wenn ich das jetzt richtig logisch sage, weil 10 bis 1 sind auf jeden Fall 2, wobei es, sie könnten auch hier sein in diesem Bereich, weil sie sind ja vier zusammenhängende Sektoren, das heißt, die Asteroiden könnten jetzt entweder hier sein, die vier, oder sie könnten hier sein, aber das hat mir ja schon mal ein bisschen weiter geholfen. Und für den Zielsektor müsste ich jetzt nochmal 1, 2, 3, 4 Zeiteinheiten vorgehen, und wie gesagt, das kann man bis zu zweimal im Spiel machen, dieses Zielen, damit bekommt man halt die Info für einen spezifischen Sektor und dann würde die Erdscheibe wieder weiter gedreht werden. Okay, möchtest du schon lösen? Nein, 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 nein. Okay, gut, so würde man jetzt wie gesagt weiterspielen, bis ein Spieler sagt, ich möchte lösen, dann würde der halt sagen, er würde hier halt Planet X lokalisieren sagen, dann würde er den Sektor eingeben, ich spinne jetzt einfach mal, und dann müsste er aber halt auch noch sagen, welche, ich sage jetzt einfach mal... Machen wir Sektor 4. Sektor 4, machen wir mal hier, da ist Planet X, und dann müsste er aber auch sagen, welche Objekte befinden sich in Sektor 5 und in Sektor 3. Da ist... Da ist... Ach, soll ich das tatsächlich mal machen? Ja, machen wir ganz kurz, einfach spaßeshalber. Einfach spaßeshalber. Sektor 3 ist ein Komet... Ne, 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 Quatsch, Sektor 3 dann nicht, Sektor 5 ist ein Komet. Entschuldigung, Sektor 5 ist ein Komet und in Sektor 3... Ja, da würde ich mal eine Gaswolke hinpacken. Eine Gaswolke. So, das ist jetzt nur gesponnen. So, dann würde er sagen, lokalisieren. Und du hast Planet X nicht lokalisiert, sagst du dir. Das ist aber ja voll geraten. So, und das kostet dann den Spieler 1, 2, 3, 4, 5 Zeiteinheiten. So, jetzt tun wir aber einfach mal so, wir standen jetzt vielleicht hier, Christian hat ihn lokalisiert, ist also 1, 2, 3, 4, 5 Zeiteinheiten vorgegangen. Dann wird das Spielende sofort ausgelöst. Das heißt, ich dürfte jetzt keinen Zug mehr machen, sondern ich würde jetzt gucken, wie viele Sektoren stehe ich hinter Christian. Und je nachdem, wie viele Sektoren ich hinter Christian stehe, könnte ich jetzt eine oder zwei Theorien noch verkünden oder könnte auch versuchen, Planet X dann zu finden und würde entsprechend dafür Siegpunkte bekommen. Sagen wir jetzt mal so, ich bin 1, 2, 3, 4, ja, 5 Sektoren hinter Christian. Das heißt, wenn ich jetzt Planet X noch lokalisieren könnte, würde ich dafür 10 Punkte bekommen oder ich könnte noch zwei Theorien verkünden. So, wenn wir dann mit allem durch sind, dann würde man letztendlich hier sagen, also einer hat Planet X erfolgreich gefunden, dann würde man sagen, Spiel beenden und Objekte anzeigen. Dann fragt er nochmal, möchte das Spiel wirklich beenden? Ja, möchten wir. Und dann würde die App anzeigen, welche Objekte tatsächlich überall sind. Weil jetzt würde man natürlich auch auswerten, die Theorien, die hier noch nicht umgedreht sind, weil die vielleicht nicht bis zum Pay-Review-Punkt dann gekommen sind. Dann jetzt am Spielende bekommt man nochmal Punkte. Zum einen schaut man jetzt hier, Entwertung, wer hat wie häufig zuerst verkündet. Dafür schaut man halt, unsere Marker, lagen die nicht hier irgendwo gleich auf? Nee, die waren hinter... Also wer hier jeweils eine Theorie immer zuerst verkündet hat, bekommt ja schon mal einen Punkt. Das heißt, Christian würde hier eins, zwei, drei Mal, wenn das richtig ist, wir gucken nochmal kurz, Sektor 1 ist eine Gaswolke, ist richtig. Das müssten wir natürlich erstmal checken, ob die Theorien richtig sind. Wenn sie falsch sind, würden sie natürlich auch zum Spiel kommen. Aber für richtige Theorien, die man hier im Spielverlauf liegen hat, noch nicht veröffentlicht wurden, bekommt man jetzt am Spielende dann auch nochmal Punkte. Die werden also alle dann aufgedeckt, verdeckte Marker. Wie gesagt, Christian hat hier eins, zwei, drei Mal zuerst eine Theorie verkündet. Das heißt, er würde hier drei Punkte bekommen. Und dann je nach richtigen Symbol würde man entsprechend Punkte bekommen. Pro richtigen Asteroid bekommt man zwei Punkte, pro richtigen Kometen drei, pro richtiger Gaswolke vier. Für den Zwergplaneten auch vier Punkte. Und der, der Planet X zuerst gefunden hat, bekommt zehn Punkte. Und die anderen bekommen Punkte, das hatte ich ja gerade schon erklärt, abhängig davon, wie weit sie von dem Spieler, der Planet X gefunden hat, ich sag mal, zurückliegen. Und ob sie dann auch Planet X noch gefunden haben. Also in dem Fall hätte ich jetzt auch Planet X gefunden, hätte ich ja auch nochmal zehn Punkte dann bekommen. Ja, und wie bei so vielen Spielen, der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Im Falle eines Gleichstands gewinnt der daran beteiligte Spieler, der mehr Punkte für die Lokalisierung von Planet X bekommen hat. Gibt es da auch noch einen Gleichstand? Dann würde der daran beteiligte Spieler gewinnen, der die meisten Punkte für Führungsboni erhalten hat. Also in diesem Bereich hier. Und wenn auch da immer noch ein Gleichstand herrscht, dann würden sich mehrere Spieler letztendlich dann den Sieg teilen. Ja, so spielt sich Planet X. Und ich würde mal sagen, oder die Suche nach Planet 10, dann können wir mal zu unserem Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Das kann ich gerne machen. Ich packe mal ganz kurz die App. Die App sage ich schon, das Alte zur Seite. Spiel funktioniert, Interaktion wenig. Also es ist eher doch so ein Solitärspiel einfach. Wo man halt eben, ich gucke schon so ein bisschen, ich schalte mir auch auf, was Michaela macht, aber es bringt mich nicht großartig weiter, weil ich weiß natürlich nicht das Ergebnis, das bei ihrer Forschung rauskommt. Also gerade was das Durchmustern betrifft oder so. Und bei mir ist es häufig so, dass ich schon ein bisschen da am Zocken bin. Also ich bin nicht ganz so der Logiktyp. Ich jetzt zum Beispiel bei dem Spiel, habe ich am Anfang gewusst, alle Kometen sind in einer Reihe von vier und habe dann als nächstes Durchmustern gemacht, habe eben die zwei hier gewusst. Einer von den beiden, da ist ein Komet drin. Und da habe ich für mich einfach entschieden, okay, in einer Reihe von vier. Wenn er da ist, könnte es der nicht sein. Also ein, zwei, drei, vier. Dann wären es die beiden Kometen oder es ist eben der. Eins, zwei, drei, vier. Dann könnte es nur der sein. Ist das richtig mehr? Ja, genau. Und ich habe mich halt eben festgelegt, okay, ich zocke, ich sage, hier ist der erste Komet, hier ist der zweite Komet, der Rest ist eben nicht mehr da. So spiele ich. Und damit kann ich auf die Nase fallen, damit kann ich aber auch ziemlich geil gewinnen. Lustigerweise eher gewinnen bei dem Spiel. Wobei ich das Spiel jetzt nicht gewonnen hätte. Und zwar, wir hatten ja eben gerade gesehen, der Zwergplanet wäre in Sektor 12 gewesen. Und ich habe den Zwergplaneten in Sektor 12 schon abgestrichen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. In irgendeinem Spiel hast du es schon mal gemacht, dass du irgendwas abgestrichen hast. Ja, und das ist auch so ein Ding. Also man schreibt hier ja auf, hier und da. Und es wird in der Anleitung auch angegeben, also das, was man als Startinfos bekommt, so man denn welche nimmt, soll man so als Kasten ausmalen. Dann, was man selber ausschließt, halt eben durchstreichen. Und wo man glaubt, dass man richtig ist, dass man richtig ist, eben eingreisen. Und trotzdem, man kann es nicht nachvollziehen. Also sobald man hier irgendwo einen Fehler gemacht hat, gerade so, wenn man drei, vier, fünf oder mehr Züge gemacht hat in irgendeiner Form, dann hat man verloren. Man kriegt es nicht mal rückkonstruiert. Was habe ich wie, weshalb abgestrichen? Und warum? Also ich habe keine Ahnung, warum ich den abgestrichen habe. Ich habe zwar Zwergplanetchen mal gecheckt, sieben bis elf, da war keiner, da habe ich natürlich alle abgestrichen. Vielleicht bin ich da auch einfach rübergekommen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das Spiel hier hätte ich definitiv nicht gewinnen können, weil das war einfach falsch. Schade. Hätte mir das bloß mal zu Ende gespielt. Auf der anderen Seite, es ist eben schön, es macht Spaß. Also diese Info zum Beispiel mit den vier Asteroiden, dass die eben in der Reihe sind, das hat mir natürlich auch geholfen. Also ich habe jetzt hier in diesem Fall die Geschichte gehabt, ich habe gewusst, hier sind halt eben fünf Asteroiden, Felder frei, und hier waren irgendwie drei. Und ich habe eben auch diese Info gehabt, dass die alle in der Reihe von, alle vier nacheinander sind. Das heißt, ich konnte hier die Asteroiden abstreichen. Und ich wusste, in diesem Bereich von fünf Feldern sind auf alle Fälle alle vier. Das heißt, die mittleren drei kann ich ja schon auf alle Fälle mal ankreuzen, dass die richtig sind. Ich wusste eben bloß nicht der Anfang, das Ende, wo geht das los, oder wo endet das. Konnte aber den Rest wegnehmen. Und darüber entwickelt sich natürlich das ganze Logikgebilde, was Spaß macht, was aber schon irgendwie gefühlt relativ solidär ist. Ganz kurz, das wusste ich ja auch, und ich wäre jetzt da gar nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt auch acht, neun, zehn, elf, zwölf frei gehabt. Ich wusste auch, dass die in vier voneinander folgenden Sektoren sind. Von daher hätte ich eigentlich genauso wie du schon auf jeden Fall festlegen können, neun, zehn und elf. Da bin ich jetzt in dem Moment aber gar nicht so drauf gekommen. Das ist eben ein anderer Logikansatz. Also sowieso. Naja, aber hast du ja recht. Das kann ja nur einer dann noch auf der anderen Seite, also bei der acht oder bei der zwölf. Was ich eben jetzt auch als Info hatte, eine Gas, mindestens eine Gaswolke ist gegenüber von einem Kometen. Das heißt, dann wäre sie hier. Und damit konnte ich eben den nachher ausschließen, weil da wusste ich, der Asteroid ist es. Okay, da gegenüber kann keine Gaswolke sein. Dann habe ich hier den Kometen. Das heißt, hier muss eine Gaswolke sein. Alles klar. Das heißt, hier oder hier ist ein leeres Feld. Und so entwickelt sich das und greift ineinander. Es ist komplett logisch. Es funktioniert alles. Es ist nachzuvollziehen. Wenn man misst, baut, baut man misst und dann ist es eigentlich vorbei. Dann hat man das Spiel verloren. Wir haben eigentlich einen, glaube ich, mal rekonstruiert gekriegt bis zum gewissen Modell. Ich habe doch im letzten Spiel, hatte ich mich doch vertan und du hattest dann auf Planet X, ich sag mal, gefunden. Und dann habe ich doch, obwohl ich mich da irgendwo vertan habe, habe ich es trotzdem aber noch so ein bisschen konstruieren können, dass ich auch noch Planet X gefunden habe. Genau. Wobei auch dieses Fixieren auf Planet X ist gar nicht so. Also man kriegt, als Erster kriegt man natürlich zehn Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn man hier eben früh unterwegs ist, also jetzt hier hätte ich allein dadurch, dass ich schneller war als Michael, hatte ich ja schon drei Punkte mehr gehabt. Plus die Kometen. Für den Ersten, für die Entwertung, weil ich immer der Erste bin, der sowas abgelegt hat. Und da zocke ich eben einfach. Also gerade, wenn ich so Asteroiden reinschmeiße, ja Gott, wenn ich den nicht bekomme, verliere ich zwei, oder mache ich zwei Punkte nicht, sage ich es mal so. Ansonsten, die Kometen hier hätten mir jetzt nochmal sechs Punkte gebracht und die Gaswolke ist natürlich relativ mächtig mit vier. Und ich habe eben viele Punkte gemacht, dadurch, dass ich früh irgendwelche Sachen abgegeben habe. Das ist häufig so eine 50-50 Chance gewesen. Ich wäre ja so ein kleiner Zocker, von daher, auch wenn es ein Logikspiel ist, man kann mit Zocken hier trotzdem gut gewinnen. Und das macht dann auch Spaß, muss ich zugeben. Und ich verstehe es dann immer nicht und es lernt mich dann auch tierisch. Weil mich eher macht das eben immer nur, wenn sie ganz sicher ist. Also wo muss es dann sein? Naja, nicht immer, aber teilweise. Aber man sieht hier schon, man hat ja ja, ich sage mal, ein, zwei, drei Sektoren und dann kommt ja schon die erste Theorie. Und da bin ich meistens noch gar nicht so weit, dass ich da schon eine Theorie veröffentlichen kann. Häufig jedenfalls nicht. Und dann fängt Christian dann auch schon an und denkt, das kann doch nicht sein, dass er schon wieder jetzt was, also nicht veröffentlicht, sondern hier eine Theorie letztendlich abgibt. Ich meine, letztendlich bringt es mich ja auch weiter, weil wenn dann da was kommt, weiß ich ja, es ist richtig oder es ist falsch. Entweder ich habe, wenn es richtig ist, kann man ja alles andere ausschließen oder wenn es falsch ist, kann man das Objekt zumindest in dem Sektor ja auch schon mal ausschließen. Und wenn es falsch ist, ich finde eigentlich, derjenige wird viel zu wenig bestraft, weil er nur einen Schritt auf die Seite ist. Aber wir haben aber schon Dinge gehabt, da habe ich mich, glaube ich, drei, vier Mal verdickert. Ja, das ist klar. Meine ersten zwei Asteroiden waren komplett falsch. Und dann hatten wir auch ein Spiel gehabt, das war das Letzte oder das Vorletzte, weiß ich gar nicht mehr. Wir unterhalten uns da ja trotzdem. Also es ist natürlich eher solitär, jeder ein bisschen für sich. Und irgendwie hat mich erinnert, gesagt, ja da und da sind auf alle Fälle Asteroiden. Und das, ich so, ach, das kann er nicht sein. Das war das letzte Spiel, das wir so verteilt haben. Weiß ich, dass du rauslaufen hast, du ganz überzeugt. Und ich so, meine ganze eigene Theorie war... Aber ich habe dir die Marker da verdeckt hingelegt. Du hast so gedacht, dass ich Asteroiden hingelegt. Ich habe sie ja noch verdeckt. Ja, aber es konnte nichts anderes sein, das war ja in sich. Ich dachte eben, die zwei Asteroiden sind auf alle Fälle hier, weil da Planet X sein sollte und hier irgendwas an, weil es da geiler ist. Und da habe ich dann noch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube noch mal so eine Zielgeschichte gemacht, extra noch mal auf Sicherheit einmal hier rein. Kostet natürlich vier Zeiteinheiten, ist teuer. Und dann habe ich irgendwie Bestätigung gehabt, aha doch, ist Asteroid nicht, alles klar. Also man darf da auf den Mitspieler nicht so hören, weil der kann genauso dann jeden wie man selber. Ist einfach so. Und das macht natürlich schon ein bisschen Spaß. Ansonsten, es ist, es funktioniert, die Einbindung mit dem, mit der App ist wunderbar, weil sonst hätte man wahrscheinlich irgendwie ein Buch oder so mit den Möglichkeiten, was man durchhergekommen hat. Das ist eben nicht so. Und so gibt es ja auch viel mehr Möglichkeiten, weil die App macht ja nach einem bestimmten Zufallsprinzip, ordnet sich an, da sind die, ich sage mal, diejenigen Objekte und so und dadurch wird es ja dann auch hier zum Anlass. Und schön finde ich eben auch so dieses so, die Ausrichtung, jeder Spielplan ist eben sauber ausgerichtet. Genau, das ist wirklich eine schöne Sache. Am Anfang dachte ich hier, das ist echt so ein bisschen wenig Platz zum Raufschreiben, aber wenn man halt eben sich da wirklich an die Abkürzungen hält, dann kann man das hier wunderbar reinschreiben. Ob man, wie gesagt, die Sachen von den Mitspielern aufschreibt, ja, dann weiß man eben, wenn der den Bereich gecheckt hat und da dann eben mit dem Marker reingeht, dann kann man sich schon denken manchmal, was es denn sein könnte. Ja, darüber kann man jetzt ablaufen. Wenn man da nach Kometen gesucht hat, könnte da ein Komet natürlich sein. Genau, aber ob man das jetzt macht oder nicht, ich habe es relativ wenig gemacht. Wir haben es auch bisher nur zu zweit gespielt, von daher, es wird sich nicht großartig ändern, wenn wir es jetzt zu dritt oder zu viert spielen, denke ich jedenfalls nicht. Solo kann mich eh da gleich noch was von berichten. Von daher, Spiel funktioniert, Spiel macht mir auch Spaß, ich mag so Logikgeschichten, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, es gab oder gibt auch so Zeitschriften, ich glaube irgendwie Geologik oder irgendwie hieß das, da waren genau so Sachen drin, da musste man dann auch abstreichen, der ist in Kombination mit dem und hast nicht gesehen, was eben dann 4,50 Euro im Zeitschriftenladen kostet, was ein ähnliches Spielgefühl ist. Von daher, es funktioniert als Brettspiel, es macht Spaß, es ist eher solitär, wenig Interaktion, wenig bis keine Interaktion muss runten, ja doch, wenn man Blödsinn erzählt, dann ist ein bisschen Interaktion dabei. Von daher, für mich ist es ein gutes Spiel, es macht mir Spaß, es ist jetzt nichts, was ich wirklich drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander spielen muss. Schön ist eben auch so, dass man auch mit die Rückseite hat, dann eben mit 18, da muss man sich echt umdenken, weil man ist, nachdem man dieses Erstspiel, zwölf Sektorenspiel gespielt hat, schon sehr fixiert darauf, wie funktioniert was. Und wenn man es dann umdreht und plötzlich statt einem Zwergplaneten hat man plötzlich vier Zwergplaneten und statt zwei leeren Feldern hat man fünf leere Felder, da muss man wirklich schon in der Logikgeschichte so ein bisschen sich ändern, aber auch da kommt man gut rein. Von daher funktioniert alles gut, es ist ein gutes Spiel mit einer kleinen Aufwertung, weil wirklich viele Sachen komplett richtig gemacht worden sind, 7,5 Punkte von meiner Seite. Okay, dann mache ich einfach erstmal weiter, einmal mit der Anleitung. Also ich finde, die ist gut geschrieben. Ich habe die ja wie immer mir einmal durchgelesen und dann haben wir die zusammen praktisch durchgelesen. Ich finde, wir sind sehr gut reingekommen im Spiel. Was ich am Anfang ein bisschen verwirrend fand, also es gibt hier hinten auch nochmal, das ist auch ganz schön gemacht, wichtige Griffe. Also das bedeutet Benachbarzug, das finde ich noch sehr eingängig und sehr logisch, aber zum Beispiel innerhalb von so und so vier Sektoren. Und da musste man am Anfang erstmal gucken, weil da war mir auch nicht ganz klar, wenn jetzt hier ein Objekt ist und es wird gesagt, also hier ist ein Zwergplanet und ich sage mal, die Gaswolken befinden sich innerhalb von drei Sektoren zu dem Gasplaneten. Und da war am Anfang so, zählt man den jetzt mit oder nicht? Ich habe mir das zwar durchgelesen, aber ich habe es am Anfang irgendwie trotzdem nicht kapiert und es ist halt nicht so. Also wenn hier, ich sage mal, der Zwergplanet ist und die Gaswolken sind innerhalb von drei Sektoren zum Zwergplaneten, dann können es bis zu drei Sektoren halt entfernt dann sein, diese Gaswolken. Also das finde ich auch ganz gut gemacht. Das ist hier hinten auch nochmal drin, auch nochmal Beispielen. Wie gesagt, es steht hier drin, aber ich habe es trotzdem am Anfang nicht ganz begriffen. Ich glaube, du auch nicht so ganz gut in der Welt. Für die Soloregel gibt es auch nochmal so einen kleinen Doppelseiter. Das ist auch ganz gut gemacht, da komme ich gleich nochmal zu. Was ich auch total klasse finde, ist dieser Sichtschirm, weil da sind auch nochmal alle erforderlichen Informationen drauf. Und aber auch dieser Zettel finde ich, da ist auch wirklich alles nochmal drauf, dass man hier unten nochmal vor Augen hat. Es gibt zwei Kometen, vier Asteroiden und auch die Logikregel jeweils zu den jeweiligen ist hier unten auch nochmal drauf, sodass man das auch genau vor Augen hat. Und das finde ich, ist wirklich auch gut gemacht. Ich weiß noch, als wir das Spiel das erste Mal gespielt haben, habe ich mich mal gefragt, wie soll ich denn das hier alles unterbringen. Und bis wir dann darauf gekommen sind, ist hier zwar eine Anleitung auch hier drin, als Beispiel, wie man das dann ausfüllen soll und auch mit den Abkürzungen und so, muss ich zugegen, habe ich mir jetzt beim ersten Durchlesen nicht so angeguckt, aber dann vor dem ersten Spiel nicht so angeguckt hier. Nachher dann schon und dann lief es wirklich auch gut, dass man dann halt, ich durch Muster nach Asteroiden, also A und das sind die Sektoren und das ist mein Ergebnis. Also dadurch finde ich, wird es dann auch echt unübersichtlich dadurch wird es dann auch wirklich übersichtlich und dann passt es auch letztendlich. Also von daher, das finde ich, ist echt gut gemacht. Ich bin in diesen Logikspielen nicht so gut wie Christian. Ich sitze dann manchmal davor und ihr habt jetzt ja hier schon gesehen, Christian hatte ja recht, ich hatte ja die Infos, es gibt ja immer vier Asteroiden und die müssen ja benachbart, zumindest einem, also einer ist aber benachbart zumindest einem anderen. Das heißt, ihr habt entweder zwei Pärchen oder vier in der Reihe und ich hatte ja hier auch schon die Info, alle Asteroiden in aufeinanderfolgenden Sektoren. Trotzdem, vielleicht ist es auch geschuldet, weil ich mich jetzt beim Video auch ein bisschen mehr auf die Regel und so weiter konzentriert habe, aber auch im Spiel passiert mir das dann, dass ich da nicht immer gleich auf das richtig Logische dann komme. Da bin ich nicht ganz so. Also Logikspiele liegen mir vielleicht nicht ganz so, aber trotzdem machen sie mir Spaß und auch dieses Spiel macht mir Spaß. Und wie Christian schon gesagt hat, da wurde echt viel richtig gemacht, weil die App funktioniert wirklich super. Es geht auch wirklich gut, wenn man da mit mehreren Spielern spielt, dass man halt so einen Code generiert und dadurch sich ins gleiche Spiel einloggt, sodass halt jeder, ich sag mal, die gleichen Logikregeln hat. Was Christian gesagt hat, das finde ich auch toll, dass hier mitgedacht wurde, dass jeder halt im Prinzip an einer Spielbrettseite sitzt und dann halt von sich aus immer den Blick hat, sodass man sich nicht drehen muss und wenden muss, dass der Spielplan halt anders dann ausgerichtet ist und man sich dann noch, ich sag mal, gucken muss, welche Sektoren oder wo ist jetzt was. Das finde ich, ist echt gut gemacht worden. Und was wir auch am Anfang nicht gleich richtig gespielt haben, obwohl es ja in der App, wenn man auch durch Mustern geht und auf Zielsektor geht, immer gesagt wird, man darf nur Zielsektor innerhalb des sichtbaren Bereichs und auch durch Mustern nur innerhalb des sichtbaren Bereichs machen. Das hatten wir am Anfang auch nicht ganz richtig gemacht. Da habe ich aber auch gar nicht weiter gelesen, obwohl es da auf der Seite drin stand. Ich bin dann immer gleich auf Fortsätzen gegangen und habe dann letztendlich gestartet. Also da muss man letztendlich aufpassen, dass man da nur die sichtbaren Sachen machen kann. Ich finde es auch schön, dass noch eine Rückseite mit dabei ist mit dem Expertenmodus. Das finde ich auch ist toll gelöst, dass man hier einfach eine Karte reinsteckt und dadurch letztendlich dann die geänderten Logikregeln auch gleich wieder mit vor Augen hat. Finde ich es wirklich auch total super gemacht. Hab den hier ja auf dem Spielplan auf der anderen Seite entsprechend auch wieder hier unten drauf. Das ist wirklich klasse gemacht. Und dadurch ist es natürlich ein anspruchsvoller, weil ihr letztendlich mehr Sektoren habt. Also 18 Sektoren, in denen ihr dann letztendlich dann nach Planet X dann forschen müsst. Wie Christian schon gesagt hat, ich finde es auch eher solitär. Also man kann natürlich schon gucken, was macht der andere Spieler und dadurch vielleicht Schlüsse für sich selber ziehen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so häufig gemacht. Was natürlich ist, Christian hat ja hier schon eher auf Theoriemarker gelegt und dadurch habe ich vielleicht schon mal den einen oder anderen Hinweis dann vielleicht schneller bekommen. Entweder war das Objekt nicht oder es war da. Dadurch kann man natürlich bei mehr Spielern hier vielleicht schon schneller mehrere Hinweise dann bekommen. Das ist natürlich schon dann mit dabei. Aber so von der Kommunikation am Tisch, da passiert natürlich nicht viel. Kann ja auch nicht, weil man sich das Ergebnis letztendlich ja nicht dann erzählen soll, weil jeder soll ja für sich letztendlich dann erschließen, wo befindet sich jetzt letztendlich dieser gesuchte Planet. Wobei im Solospiel, muss ich sagen, da hat es schon Sinn gemacht. Da steht hier auch in der Soloregel drin, dass man schon ein bisschen gucken soll, was denn letztendlich der Solospieler macht, wo der was macht und wenn der dann eine Theorie verkündet, das passt da auch ganz gut, dann konnte ich im Solospiel auch schon doch mal ein bisschen Rückschlüsse draufziehen. Aha, wenn er jetzt immer nur durchmustern nach, ich sage mal, Asteroiden gemacht hat und dann kommt eine Theorie verkünden und er verkündet in dem Sektor was und dann gucke ich, aha, da hat er nach Asteroiden durchmustert, dann wird da wohl ein Asteroid sein. Und das passte bisher auch immer ganz gut. Also von daher, Solospiel funktioniert wirklich auch super klasse. Es gibt da noch so eine kleine Änderung, sage ich mal zu. Ihr nehmt da einfach zwei weitere Farben rein. Also ihr habt hier einmal eine Farbe, noch eine Farbe, weil immer wenn jetzt der, ich sage mal, der Bot eine Theorie verkündet, dann nehmt ihr einen verdeckten Marker, legt ihn da entsprechend hin, wenn jetzt hier eine Theorie verkündet würde, wenn er dann eine verkündet. Der wird dann auch nicht umgedreht, weil der Bot verkündet immer eine Theorie, wenn er es auch weiß, das heißt, die ist auf jeden Fall richtig. Wenn dann eine Per Review gemacht wird, das heißt, wird dieser Marker nicht umgerät, sondern dann nehmt ihr einfach von einer anderen Spielerfarbe, wo die aufgedeckten Marker mit dem Spiel sind, den entsprechenden Marker und würdet den da drauflegen. Also der verkündet wirklich nur was, was richtig ist. Und Solo funktioniert wirklich auch total gut. Ich habe es schon dreimal Solo gespielt. Wir haben jetzt insgesamt zwölf Partien gespielt. Davon habe ich drei Solo gespielt. und das hat auch wirklich echt Spaß gemacht. Ich hatte im Einspiel, ich finde, hier ist auch echt ein bisschen Glück mit dabei, weil ich hatte im Einspiel, das hat wirklich nur eine Viertelstunde gedauert, das war das Standardspiel mit zwölf Sektoren, da hatte ich am Anfang Glück. Ich habe vier Sektoren durchmustert und in diesen vier Sektoren waren alle Asteroiden. Und das ist natürlich Glück, wenn man sowas dann mal hat. Genauso, wenn man jetzt zum Beispiel hier wie drei Sektoren, was ich ja gerade eben auch hatte und da sind die beiden Kometen. Dann ist man natürlich schon mal viel schneller weiter, sage ich mal so, wenn man solche Glückstreffer hat. Von daher Glück ist auf jeden Fall auch mit dabei, wenn ich jetzt was durchmustert und auf Schlacht dann das finde, was ich letztendlich dann brauche. Und dann hatte ich noch eine Forschung, die sich auf Asteroiden bezog und noch irgendwas anderes und da habe ich dann wirklich dadurch in dem Spiel total schnell Planet X gefunden. Von daher ist auf jeden Fall Glück auch mit dabei, finde ich, bei diesem Spiel, weil je nachdem, wie zufällig, was hier verteilt ist und du durchsuchst vielleicht die richtigen Sektoren und wie gesagt, da sind dann gerade die vier Asteroiden und ich kann die schon mal abstreichen, dann ist das schon mal ein großer Schritt für mich letztendlich weiter. Dann kann ich auch umso schneller, sicherer dann auch Theorien dann verkünden, die mir am Spielende dann ja auch sichere Siegpunkte dann bringen. Ja, also von daher, ich finde auch, es ist wirklich ein schönes Logik-Spiel, macht mir viel Spaß und von daher für mich auch ein kleiner Aufschlag. Ich sage mal, es ist ein gutes Spiel, bekommt von mir auch 7,5 Punkte. Oh, da sind wir ja wieder genau gleich der Meinung. Genau. Ich hätte jetzt sogar Lust, gleich noch eine Partie zu spielen. Ich hätte sogar die dann zu Ende gespielt gerne, wenn ich die mal wieder gewonnen hätte, weil Christian gewinnt, das ist immer so, was ich gerade schon habe, das ist manchmal teilweise so frustrierend. Frustrierend, danke. Ich kam gerade nicht auf das Wort, was ich sagte, wenn wir dann hier vorne schon sind und dann macht er schon wieder seinen ersten Theorie. Das ist richtig. Und ich denke so, ah, das kann man doch jetzt noch gar nicht wissen. Und ja, das ist manchmal, ist es echt ein bisschen frustrierend. Wie gesagt, ich stehe da manchmal ein bisschen auf dem Schlauch, aber trotzdem macht mir dieses Spiel Spaß. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das war unser Review zu dem Spiel, die Suche nach Planet X oder Planet 10. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, dass wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.